Jans und herzlich willkommen zurück zu Anglefoot, wir haben hier Schuhe zum Freischalten. Was gibt's heute Schönes? Glückssache wählt nach jedem Tod ein zufälliges Paar Schuhe aus. Ist das nicht wie das? Naja, egal, heute Level 9 Verstopfung. Können wir mit Pazifist durchgehen, niemanden zu töten oder 15 Schlangen tränken im Schleim? Lass mal sehen. What? Was sind das für neue Gegner? Dann jetzt? Okay, weird. Da muss man erstmal drauf klarkommen. What the hell? Okay. Das wird wahrscheinlich ertränken. Ertränken. Oh, Riesenköpfe. Wir haben die Schuhe mit den Riesenköpfen gerade angehabt. Nicht ich! Witzjahe. Wir sind die Schuhe mit der Schuhe. Ich hab den Schuhe mit der Schuhe mit der Schuhe mit der Schuhe. Okay, da war ich den Feind. What the hell? Da waren ein paar Schlangen eigentlich, die wir kränken hätten können. Naja, schade. Oh Gott! Oh Gott, okay. Da kam gar nichts runter, was uns töten würde. Wow! Ein Messerschlag und wir sind dead. WTF? WTF passiert hier manchmal? Energy Drink ist gut. Er trennt doch alle ein. Er trennt, ich denke, er trennt. Waffen! Wir haben heute nur den Pumper benutzt. Wir sind weg. Wir sind weg. Wir sind weg. Wenn er die natürlich schon töten, bevor ich sie töten kann, dann war das nichts. Gibt's ja echt keine Ahnung mit dem Waffen. Da! Was sag ich denn? Die Pumper ist besser aus, keine Lafette. So. Autsch. Ja, geht so. Tränke 15 Schläger im Schleim. Naja, gut, gehen wir weiter. Zu Level 10. Code-Kanal. Barfüssler, schliesse den Level ab ohne Schuhe zu tragen. Bodenständig schliesse den Level ab ohne zu springen. Ohne Schuhe zu tragen können wir versuchen. Ohne zu springen. Mal schauen. Ohne Schuhe zu tragen ist eigentlich ziemlich ein Safe-Core. Danke. Autsch. Mau! Ich wolle fast im Sitz aufspringen. Okay. So mit zu springen war die Devise. Das gilt hoffentlich jetzt nicht als Springen. Sonst war niemand mit der Waffe da, schade. Ne, nicht so ein Vieh. Hallo. Oh Gott. Von wo kommt ihr denn? Ach, immer diese Toastel. Ohne zu springen. Bisher sieht es gut aus. Ich bin noch nie gesprungen. Shit, 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 shit. Okay, ganz kurz ein Überblick verschaffen, was hier gleich passieren könnte. Das ist ein Rohr. Okay. Die Waffe ist leer. Damit muss man rechnen. Ah, jetzt habe ich schon keine Schüsse mehr, das war doof. Okay, die Waffe ist voll. Alright, mal schauen, kommen alle von da, ich muss eigentlich warten, bis die ein bisschen... Okay, ne, wegtreten geht nicht, ich muss drauf schießen. Unnötig, unnötige Schussverschwendung. Irgendjemand, ne Waffe. Hier fährt nochmal. Okay, die hat noch Muni. Ah, die anderen zwei sind ja noch hier drin. So. Ey, wo war das Rad da? Okay, das waren glaube ich alle. Das ist nix. Auch nix, auch nix, auch nix. Langsam werden auch die ganzen Level unglaublich viel länger. Okay. Okay. Ah, fuck. Bin ich fast gestorben. Hier gehört mir gar nix. Geht es jetzt hier weiter, oder da... Ne, davon habe ich bloß die Tür aufgemacht, oder? Ich glaube es zumindest. Yes. Okay, da war nix. Ne. Und hier ist sonst auch nix mehr. Weirde Toiletten immer mit nem Backofen. Genau. Ha! Ähm, wenigstens zwei Sterne hoffentlich. Und zu springen? Ich... Bin ich gesprungen? Ich weiss nicht. Naja. Das war's dann wohl wieder mal für diese Folge. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Haut rein. Tschüss.